Das läuft da unten weg. Dann brauch ich jetzt noch das um das Tor aufzumachen oder? Was hat er gesagt? Hatte lag. Ich habe gesagt, wenn du weiter machst, dann spiele ich nicht mehr mit dir. Wenn du rumnerst mit deinem lololol schreiben die ganze Zeit. Also ich muss jetzt noch. Dieses Rätsel hier, diese Tür. Keine Schattierung! Nein! Schreibt doch gleich Troll. Schreibt doch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ha 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 das war doch mehr licht habe ich ja nicht gerade und dann schräg und schräg hoch und ab da dann keine ahnung was runter und schräg hoch gerade und schräg hoch und ab da muss ich jetzt noch ein bisschen überlegen so habe überlegt einen langen langen Geil da hat was eingebrannt ab 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 im spiel komplett leer ab 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 Warum? Warum? Oh, war das so Geräusche. Ah, einmal Strom dran. Was bist du? Error! Da warst du weg. Dem nicht geht so. Dem nicht geht so. Da warst du weg. Da warst du weg. Aha. Äh. Okay, okay, okay. Ich geh nach da drüben. Ganz hoch. Ich laufe im Zickzack wieder ganz runter. Und dann gehe ich am Rand hoch. Also. Ich laufe hier ganz hoch. Und laufe im Zickzack ganz runter. Runter und wieder hoch. Okay. Okay. Jetzt du. Oh, du dein Spiegel. Oh, aha. Okay. Ich geh nach unten. Okay. Okay. Da unten ist auch noch mehr. Muss jetzt ganz weg nochmal laufen, um da unten hinzukommen. hinzukommen. Oh, jetzt bin ich fertig mit dem Abschnitt. Oh Gott. So ein Scheiß. Ah, kann der Funflasche jetzt Lone spielen. Oh mein Gott. Weil der das mitkriegt, dass ich hier fertig bin. Go, go. Gadgete Feuer. Ja. Oh, der strahlt ja auch ganz anders hin. Wie ist denn der? Da muss auch auf den Spitzens strahlen. Wieder runter. Da unten war noch eine Tür. Ich habe zwei Vögelbabys, auf die ich aufpassen muss. Vogelbabys. Okay, krass. Oh, rechts rum. Ach, arg. Okay. Da kommen wir nur von der anderen Seite her. Was machen wir dann hier, wenn man von der anderen Seite herkommen ist? Ich weiß es nicht. Pfandflasche! Wir spielen LOL. Willst du LOL zocken? Pfandflasche! So, wupp. Drum, drum, drum. Rennen wieder hoch. So, also das Rätsel hat schon in sich gehabt. Ob ich in der Spiegelung zu kommen. Nevermind. LOL LOL LOL. Okay, er ist da. Okay, dann stoppen wir hier mal das Spiel. E-Enden. Einstellungen. Die Spielladen. Gelöst. 112. Gelöst. Jetzt nur 23, 32. Ah, okay. Dann beenden. Ja, will ich wirklich. Danke fürs Zuschauen. Erstmal auf YouTube. Danke. Jetzt spüren wir weiter.